Ein Unterwasserroboter hat auf dem Boden eines havarierten Atomreaktors in Fukushima Ablagerungen entdeckt. Nach Angaben der Betreiberfirma Tepco handelte es sich wahrscheinlich um den ersten Fund von geschmolzenem Brennstoff seit der Atomkatastrophe 2011. Der Roboter war mehrere Tage lang im Reaktor Nummer 3 unterwegs. In den anderen beiden war die Suche wegen der hohen Strahlung bislang nicht möglich. Anhand der Bilder wollen Experten nun entscheiden, wie der Reaktor demontiert werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020